Ja, die neuen Automower 320 und Automower 330X sind bei uns eingetroffen. Hier die Neuigkeiten und die neuen Features. Es gibt eine elektrische Schnitthöhenverstellung. Sie können praktisch auf Knopfdruck jetzt die Schnitthöhe einstellen. Dann gibt es eine wetterabhängige Timer-Programmierung. Ein verändertes Anzeigensystem an der Ladestation. Das Schleifensignal wird jetzt unabhängig vom PIN-Code generiert. Das Andrucksignal F kann auf die Reichweite eingestellt werden. Die Ladestation selbst wird noch etwas einfacher zu montieren sein. Im Eco-Modus wird während der Automower in der Ladestation steht, das Schleifensignal abgeschaltet. In den neuen Modellen sind Lithium-Ionen-Akkus montiert. Der Meier schafft jetzt eine Steigung von mindestens 45 Prozent, bei breiteren Steigungen mehr. Im Automower 330 ist jetzt ein GPS-gestütztes Screening möglich. Ebenfalls nur beim 330er gibt es eine Haustaste direkt an der Ladestation. Um weiterhin alle Infos zu erhalten, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter oder unseren YouTube-Kanal. Das war es schon wieder, Ihr Michael Häusler. Das war es schon wieder. Bis zum nächsten Mal.